Kinder und Selbstbewusstsein, das gibt es zu beachten. Viel Spaß beim Erziehungsguide Teil 2. Starke Kinder, starke Zukunft, Folge 2 des Erziehungsguides 5 Wege, um Kinder zu stärken. In der letzten Folge ging es um den sicheren Hafen zu Hause. Es ging also um die unbedingte Grundlage, damit Kinder stark ins Leben gehen können, damit sie resilienter werden. So, in dieser Folge geht es jetzt um Selbstbewusstsein. Wie können wir Kinder dabei begleiten, selbstbewusster durch ihr Leben zu gehen? Und da möchte ich dir zu Beginn eine kleine Geschichte erzählen. Ich war damals, bevor ich mich im Jahr 2008 mit Starke, Ruhne, Muckis selbstständig gemacht habe, lange bevor ich meine ersten Bücher geschrieben habe, lange bevor wir eigene Touren durch Deutschland gemacht haben, wo Eltern und Kinder in große Hallen kommen, lange bevor ich weitere Trainer ausgebildet habe, in einer Kita in dem schönen beschaulichen Hamm angestellt. Und ich war damals, wie alt war ich denn dann da? Ich habe mich mit 23 selbstständig gemacht. Ich war so 21 ungefähr, 21 Jahre zu der Zeit, ja 21, 22 Jahre. Da steht eine Mama vor mir und die sagt, Daniel, 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 unsere Tochter, die muss mal wirklich, wirklich selbstbewusster werden. Und da habe ich sie so angeschaut und gesagt, du meinst, Julia? Ja, ja, genau, Julia, die muss selbstbewusster werden. Ich sage, nö, muss die nicht. Hä? Daniel, was? Natürlich muss die selbstbewusster werden. Die traut sich das zum Beispiel nie da im Stuhlkreis mitzumachen, hat mir deine Kollegin erzählt. Ich sage, ja, das stimmt, aber selbstbewusster werden muss die nicht. Ja, Daniel, das kann doch nicht wahr sein. Natürlich, die soll sich doch diese Dinger mal trauen. Die soll doch mal nach vorne mitmachen. Die muss jetzt selbstbewusster werden. Da habe ich gesagt, nein, die muss nicht selbstbewusster werden. Gut, ich habe jetzt damals nicht so geklungen, aber in meiner Erinnerung klingt es so cooler. Also, natürlich muss dieses Mädchen nicht selbstbewusster werden, habe ich damals dann aber auch weiterhin deutlich gesagt. Und die Mama hat das nicht verstanden, was ich ihr sagen möchte. Und irgendwann habe ich es dann erklärt. Ich habe gesagt, guck mal, deine Tochter erkennt, wie sie sich fühlt. Sie erkennt, ich bin hier gerade verunsichert. Sie traut sich dann sogar vor versammelter Mannschaft im Stuhlkreis zu sagen, ich möchte nicht mitmachen. Weil sie sich selber wahrnimmt und das, was sie wahrnimmt, nach außen hin trägt. Die ist selbstbewusst. Sie hat vielleicht kein Selbstvertrauen. Sie vertraut ihren eigenen Fähigkeiten noch nicht. Vielleicht hat sie noch nicht wirklich viel Mut. Aber Selbstbewusstsein hat sie. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir als Eltern, aber vor allem natürlich auch als pädagogische Fachkräfte, Erzieher, Lehrer, selber mal diesen Unterschied überhaupt wahrnehmen. Häufig wird von Selbstbewusstsein geredet, wo es überhaupt nicht um Selbstbewusstsein geht. Häufig wird Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstrespekt, Selbstachtung, Selbstwert, Selbstwertschätzung alles in einen Topf geworfen und unter dem Deckmantel von Selbstbewusstsein sozusagen benannt. Und ich glaube, das ist ein Problem. Denn Selbstbewusstsein ist die Grundlage. Aber es ist was völlig anderes zum Beispiel als Selbstvertrauen. Was ist Selbstbewusstsein wirklich? Selbstbewusstsein habe ich für mein erstes Buch damals, das hieß so wie mein Kurskonzept Stark auch ohne Muckis. Damals für mein erstes Buch habe ich überlegt, wie kann ich das so einfach wie möglich darstellen? Was ist Selbstbewusstsein wirklich? Und ich kam auf den Punkt, Selbstbewusstsein ist wie ein Anruf bei der Auskunft. Die Auskunft ist etwas, das kennst du, wenn du ein bisschen älter bist, so wie ich noch. Da weißt du, was das ist. Wenn ich manchmal in Schulen stehe und dann sage, Selbstbewusstsein ist wie die Auskunft. Da gucken die mich so an und so, was, was ist die Auskunft? Und dann sage ich immer so, das ist wie Google, nur älter. Die Auskunft, das kennst du noch, da hast du angerufen 11880 zum Beispiel. Und dann hast du da was nachgefragt. Wo ist hier der Friseur in der Stadt? Und da haben die da irgendwas gesucht. Und da haben die Frauen oder die Herren in der Auskunft dir eine Antwort gegeben. Die haben gesagt, hier, keine Ahnung, vier Straßen weiter, fahr mal da hin. Okay, Selbstbewusstsein ist genau dasselbe. Du hast sozusagen eine interne Auskunft in deinem Körper. Das sind so deine Bedürfnisse, deine Gefühle, deine Dinge, die du spürst. Warum diese Sachen, warum du deine Bedürfnisse hast etc., das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Grundsätzlich, lass uns an dieser Stelle festhalten, du hast in dir gewisse Prozesse. Du hast Gefühle, weil du Bedürfnisse hast. Du hast Glaubenssätze, du bewertest die Welt auf eine gewisse Art und Weise. Und deswegen fühlst du dich natürlich irgendwie in gewissen Momenten. Du hast mal gute Gefühle, mal schlechte Gefühle. Und Selbstbewusstsein ist einfach nur der Prozess, in dem du dich selber anrufst und dich selber fragst, wie geht es mir gerade. Im besten Fall fragst du dich auch noch, warum geht es mir gerade so. Und dass du dann diese Antworten hörst, du also mit dir selber in Verbindung bist und die Antworten nutzt, um zum Beispiel in deinem Alltag gewisse Ziele zu erreichen, um Grenzen zu setzen etc. Selbstbewusstsein hat nichts damit zu tun, dass du dich mehr traust als andere, dass du glaubst, du bist der Coolste oder die Coolste. Selbstbewusstsein ist die Verbindung zu dir selber. Selbstbewusstsein ist der Anruf bei deiner eigenen Auskunft. Und daher ist Selbstbewusstsein aus meiner Sicht auch kein Zustand. Das ist ein Prozess. Du tust das. Du nimmst den Hörer sprichwörtlich in die Hand und fragst dich, wie geht es mir gerade. Warum geht es mir gerade so. Welches Bedürfnis steckt dahinter. Wie bewerte ich die Situation jetzt gerade. Und dieser Prozess, das ist ja eine so gesandt, also es ist ja etwas, was du tust. Das passiert ja nicht automatisch. Also gut, jetzt könnte man darüber streiten, wenn man das lange genug macht, wird es unbewusst. Ja gut, kann man darüber streiten. Aber es ist immer noch ein gewisser Prozess, den du gehen musst. Du bist nicht irgendwann mal selbstbewusst und dann bleibst du das, sondern jeden Tag aufs Neue tust du das. Dieses Mädchen in der Kindergartengruppe hat sich mit sich selber verbunden und wahrgenommen, ich fühle mich hier gerade verunsichert. Und hatte sogar den Mut zu sagen, ich mach nicht mit. Obwohl ja alle anderen mitmachen. Könnte man sogar mal darüber streiten, was ist eigentlich mutiger, innerhalb einer Gruppe zu sagen, ich mach nicht. Oder das zu tun, was alle machen, nur weil es alle machen. Aber das würde jetzt zu weit führen. So, das heißt, dieses Mädchen ist selbstbewusst. Es hat allerdings noch kein richtiges Selbstvertrauen. Und ich glaube, das müssen wir voneinander unterscheiden, damit wir an der richtigen Stelle auch fördern können. Damit dein Kind selbstbewusster wird. Und stell dir nur mal vor. Nur mal angenommen, dein Kind wird wirklich selbstbewusst. Und steht mit sich in Verbindung. Was würde das alles bedeuten? Ich behaupte, Selbstbewusstsein ist der beste Schutz gegen Burnout. Und ich selber, ich weiß nicht, ob es ein Burnout war. Ich war damit nie beim Arzt. Aber im Jahr 2018, so zu Beginn des Jahres 2018, war ich auch an einer Stelle, wo ich merkte, boah, ich hab jetzt 10 Jahre selbstständig war ich da. Im Jahr 2008 hab ich mich selbstständig gemacht. Hab 10 Jahre Gast gegeben. Und irgendwann war ich, ja, ich kam einfach nicht mehr hoch. So, ich hatte Bock auf meine Arbeit. Ich liebe meine Arbeit. Überall ist es für mich das Größte und ein Geschenk, das hier machen zu dürfen. Es ist so ein Geschenk, auf Tour zu gehen und Kinder stark zu machen. Es ist so ein Geschenk, aktuell Trainer auszubilden und überall in Deutschland bald Standorte zu haben, wo andere Coaches mein Konzept weitergeben. Was einfach in 11 Jahren in der Praxis gewachsen ist. Es ist ein Riesengeschenk. Aber trotzdem Anfang 2018, oder sagen wir mal so März, naja, nee, so April, Mai 2018, er war das, kam ich nicht mehr hoch. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Und dann hab ich mich mal wirklich mit mir in Verbindung gesetzt und mal so überlegt, wo spüre ich denn dieses Schwäche. Spüre ich die mental, bin ich ausgebrannt vom Kopf her. Bei mir war es ganz klar, körperlich war ich ausgebrannt. Ich hab halt zu der Zeit keinen Sport gemacht, sehr schlecht gegessen. Am Wochenende dann mit Freunden häufig dann auch mal das ein oder andere Bier zu viel getrunken. Also ich habe einfach sehr ungesund gelebt zu der Zeit. Und wie kam ich aus der Sache raus, indem ich nicht nur da lag und gesagt hab, alles ist scheiße, sondern mich bewusst mit mir in Verbindung gesetzt habe. Ich habe den Hörer in die Hand genommen. So, ich habe einen Bekannten, ich werde den Namen an dieser Stelle nicht sagen, der erzählt mir jetzt eigentlich seit mehreren Jahren, dass immer alles doof ist, immer alles schlecht. Und diese Geschichte erzähle ich auch Kindern in Trainings. Immer ist alles schlecht, der leidet die ganze Zeit, die Welt ist schuld. Der läuft jetzt aber tatsächlich gefühlt seit, nach der Schule hat er eine Ausbildung gemacht, ist dann in den Beruf gegangen und eigentlich erzählt er immer, dieser Beruf ist nichts für ihn. Er findet den doof. Das heißt, sein Gefühl sagt ihm die ganze Zeit, schon seit Jahren, er ist an der falschen Stelle. Er ändert aber nichts. Das heißt, er steht nicht wirklich mit sich in Verbindung. Er spürt zwar, irgendwie ist was doof, aber er lässt nicht zu, wirklich mal den Hörer in die Hand zu nehmen und bewusst herauszufinden, was geht hier gerade schief. Und ich glaube daran, dass, wenn Kinder schon früh lernen, auf ihre Gefühle zu hören, sie nicht in ihren Gefühlen abgewertet werden, was übrigens überall auf der Welt ständig passiert, und da sage ich gleich noch was zu, wenn die dann lernen, wirklich ihre Gefühle ernst zu nehmen, mit sich in Verbindung zu stehen und die Informationen, die ihnen ihre eigene Auskunft zur Verfügung stellt, zu nutzen, dann würden die zum Beispiel merken, ich bin im falschen Job und dann werden die handeln und nicht sagen, naja gut, weil die Gesellschaft meint, man muss diesen Job machen oder weil, keine Ahnung, jetzt überspitze ich es, ich weiß, ihr seid selber Eltern, nehmt es mir nicht übel, aber ich renne nicht in diesen Job, der mich ausbrennt, nur weil meine Eltern meinen, das ist der sichere Job, sondern ich höre auf mich und mein Herz. Ich höre auf meine Gefühle. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Und ich glaube, Menschen, die so unterwegs sind, die werden vielleicht auch mal Phasen haben, in denen die durch sind. Hatte ich ja auch irgendwie. Aber dann irgendwann spätestens, wenn sie mal wirklich wieder zulassen, den Prozess zu gehen, das sich mit sich selber verbinden, dann werden sie auch Lösungen finden. Und das wünsche ich den Kindern, das wünsche ich deinen Kindern, das wünsche ich, ja, unserer Zukunft, weil ich glaube, es ist gut für unsere Zukunft, wenn wir da nicht Menschen haben, die Marionetten sind, sondern Menschen, die mit sich selber sehr bewusst umgehen. Ja, was können wir also tun, um Kinder selbstbewusster zu machen, in Anführungsstrichen? Also, wie können wir ihnen dabei helfen, diesen Prozess zu gehen? Schritt 1 ist, hör auf, Gefühle abzusprechen. Eine Riesenkatastrophe. Menschen sprechen Kindern Gefühlen ab. Da brauchst du nicht so wütend sein. Da muss man sich nicht so drüber aufregen. Da braucht man gar keine Angst vor haben. Und wie die ganzen Sätze klingen, das ist eine Katastrophe, weil Kinder spüren, ich habe hier als Beispiel Angst, jetzt würden die eigentlich gerne auf dieses Gefühl hören und selbstbewusst agieren, also mit sich selbst in Verbindung stehen. Jetzt kommt aber irgendein Erwachsener und bewertet das. Davor braucht man gar keine Angst haben. Dafür muss man nicht so wütend sein. Dafür braucht man gar nicht traurig werden. Und jetzt hat das Kind zum einen die Verbindung zu sich selber, spürt, ich bin doch aber traurig. Von außen wird aber gesagt, naja, das ist aber falsch. Hör auf, traurig zu sein. Ich weiß, Eltern meinen das meist ja gar nicht böse. Die meinen ja auch meistens gar nicht das Gefühl, was falsch ist, sondern sie meinen die Handlung. Also, wenn man den Satz mal übersetzen würde, den viele Eltern in einer schlechten Sprache aussprechen, da braucht man nicht wütend für sein. Der Satz wäre wahrscheinlich richtig so. Also, ich glaube, das meinen auch viele Eltern so. Hey, es ist total okay, dass du wütend bist, aber hör auf, dich mit deinem Bruder zu prügeln. Aber Eltern oder auch Pädagogen, es ist nicht nur Eltern, bitte richtig verstehen, also es gibt genug Pädagogen, die ständig auch in diese Falle tappen. Sie bewerten das Gefühl, sie bewerten nicht die Handlung. Und das ist ein Problem, weil damit versauen wir Selbstbewusstsein. Denn was erlebt das Kind? Ich bin wütend, wenn ich den Hörer in die Hand nehme, spüre ich das auch, aber von außen wird mir eingeredet, es wäre falsch. Das zerstört Selbstbewusstsein. Und damit sind wir bei dem Punkt, der daraus folgt. Erlaubt Kindern, Gefühle zu haben. Jedes Gefühl auf der Welt ist okay. Neid, sagen immer viele, ja, aber bei Neid hört es auf, das kann ich aber nicht akzeptieren, wenn mein Kind neidisch ist. Dann denke ich mir so, warum? Helf deinem Kind doch, mit dem Neid umzugehen. Man kann aus Neid heraus klauen, man könnte aus Neid heraus aber auch ein richtig cooles Projekt an den Start bringen und zum Beispiel, keine Ahnung, den Rasenmäher-Club aufmachen, wo man bei anderen Leuten einfach im Garten hilft und sich somit mehr Geld verdienen, um sich dann die Dinge leisten zu können, die man sich wünscht. Also, das ist nur ein ganz einfaches Beispiel. Neid an sich kann zu was Schlechtem führen, aber auch zu was Gutem. Es ist nie das Gefühl das Problem, es ist die Handlung. Erlaubt Kindern, jedes Gefühl zu haben und helft ihnen diese Gefühle in die richtigen Bahnen zu lenken. Und Schritt 2 ist, gib deinem Kind immer wieder den Hörer in die Hand. Also sinngemäß, frag dein Kind doch immer mal wieder, wie fühlst du dich da gerade wirklich? Was ist dir da gerade wichtig? Anstatt sozusagen sofort mit deinen Ideen reinzugehen und deinem Kind Tipps zu geben, frag doch mehr. Weniger Tipps geben, mehr fragen. Wie geht es dir gerade wirklich? Wie fühlst du dich? Was brauchst du jetzt gerade? Sodass das Kind immer wieder mit sich selber in Verbindung kommt. Denn ein gesundes Selbstbewusstsein hilft Kindern langfristig dabei, zu erkennen, was gut und schlecht für sie ist. Und ich glaube, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, schau gerne einfach mal vorbei bei zum Beispiel stark, auch ohne muckis.de. Wenn du sagst, ich würde gerne selber mal so ein Trainer werden, wie der Daniel ist, also wir bilden aktuell Menschen aus, unser komplettes Konzept zu nehmen, auch unter unserer Marke arbeiten zu dürfen, um wirklich vielen Menschen diese Kurse oder vielen Kindern diese Kurse zu ermöglichen, dann schau mal vorbei auf stark, auch ohne muckis.de. Da findest du ganz viele Informationen und kannst dich auch auf ein Gespräch bewerben. Also wir möchten mit potenziellen neuen Trainern sprechen. Wir schicken nicht einfach nur irgendwelche Informationen raus, sondern wir wollen in ein Gespräch gehen, weil der Dialog ist so entscheidend. Denn du arbeitest hinterher mit Kindern, du musst zu unserem Konzept passen. Und wenn du sagst, ja, grundlegend hätte ich da Interesse daran, schau da gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest, weil morgen geht es um Selbstvertrauen, quasi der logische nächste Schritt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Mein Name ist Daniel Dudek. Das hier ist Starke Kinder, starke Zukunft. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann werden hier irgendwo jetzt weitere Videos oder Playlists eingeblendet. Wenn du Interesse daran hast, Kinder wirklich dabei zu unterstützen, eine glückliche Kindheit zu haben, ohne Mobbing und üblen Stress, dann komm in unsere Ausbildung. Wir bilden dich vollumfänglich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus, Weitere Infos bekommst du auf www.starkauchohnemuckis.de Den Link findest du auch in der Beschreibung. Hier siehst du meine weiteren Social-Media-Kanäle. Guck gerne auf Facebook oder Instagram vorbei oder hör meinen Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video.